Und schon wieder zurück bei Mass Effect. Ich freue mich. Wir sind immer noch auf dem Schiff von den Aquarianern. Das Schiff, wo die Gaffi übernommen hat. Die meisten wissen, um was es geht. Und die, die es nicht wissen, sollten unbedingt die letzte Folge gucken. Wir machen weiter. Oder vielleicht ein medizinisches Stase-Programm an Bord. Du, du würdest nie... Sie haben Unrecht. Du würdest nicht einfach so sterben. Du würdest mir nicht zumuten, dein Chaos wieder zu... Hey, hey, ganz ruhig. Verdammt. Verdammt. Tut mir leid. Es gibt nichts, was ihm leid tun müsste. Vielleicht... Er muss gewusst haben, dass ich komme. Vielleicht hat er eine Nachricht hinterlassen. Tali, wenn du das hörst, bin ich tot. Die Gaffe entaktiviert. Ich habe nicht viel Zeit. Ihr Hauptverteiler befindet sich auf der Brücke. Du musst ihn zerstören, damit ihre VE-Prozesse keine neuen neuralen Verbindungen bilden können. Sorge dafür, dass Helm Garrel und Darok Sen die Daten sehen Sie müssen. Danke, Dad. Er hat getan, was er konnte. Er wusste, dass Sie kommen würden. Und er hat versucht, Ihnen zu helfen. Das ist nicht perfekt und es ist nicht das, was Sie wollten. Aber es ist das Beste, zu dem er fähig war. Ich weiss nicht, was schlimmer ist. Der Gedanke, dass ich ihm nie etwas bedeutet habe. Oder dass es doch so war und er nur keine andere Möglichkeit hatte, es zu zeigen. Es ist unwichtig. So oder so. Er hat mir etwas bedeutet. Und ich bin hier. Und jetzt bringen wir es zu Ende. Und wie wir das tun, Süße. Oh Mann. Und wie wir das tun. Wir nehmen alles mit, was nicht angeschraubt ist. Was nicht verschlossen ist. Und sogar das, was verschlossen ist, nehmen wir mit. Und wir töten diese Drecksgaff. In Mass Effect 1 waren sie schon Feind Nummer 1. Das wird sich wahrscheinlich nie ändern. Was haben wir hier noch? So. Dann die zwei. Die zwei. Ups. Ah, ich habe den oben gar nicht. Ha. So, ich bin immer noch ein bisschen emotional gerührt von vorhin. Gemischt mit einer ordentlichen Portion Wut. Da komme ich nicht hin. Das ist der Kommandant. Junge, für dich habe ich was. Das ist der Kommandant. Das ist der Kommandant. Junge, für dich habe ich was. Stürf. Im Namen des Vaters von. Arsch. Habe ich hier alles? Überweise beschaffen. Los. Diese Konsole ist mit dem Hauptverteiler verbunden, den Vater erwähnt hat. Wenn wir sie ausschalten, war es das für alle Gäste, die uns entgangen sind. Es sieht aus, als seien einige der Aufzeichnungen noch intakt. Sie werden uns sagen, was hier vorgefallen ist und was mein Vater getan hat. Alles in Ordnung. Das klingt, als wollten Sie es eigentlich lieber nicht hören. Nein. Wir müssen, das weiß ich. Es ist nur... Es ist schrecklich, Shepard. Ich will nicht erfahren, dass er daran beteiligt war. Haben wir genug Teile, um mehr von Ihnen online zu bringen? Ja, die neue Lieferung Ihrer Tochter ermöglicht es uns, dem Netzwerk zwei weitere Gäste hinzuzufügen. Wir stehen kurz vor einem Durchbruch bei systemischen Virenangriffen. Vielleicht sollten wir den Admiralitätsrat darüber informieren. Nur so zur Sicherheit. Nein, wir sind kurz davor. Ich habe meiner Tochter ein Haus auf der Heimatwelt versprochen. Ich werde nicht untätig herumsitzen, während die Politiker sich streiten. Es wäre einfacher, wenn Tali Sora uns mehr Arbeitsmaterial schicken könnte. Kommt nicht in Frage. Tali soll keineswegs irgendwelche politischen Konsequenzen tragen müssen. Wir halten Tali da raus. Wir setzen neue Gäste aus dem zusammen, was wir haben. Falls nötig, unter Umgehung der Sicherheitsprotokolle. Ihm ging es um das Versprechen. Es klingt, als habe er das alles für Sie getan. Ich wollte das nicht, Shepard. Kila, ich wollte das nie. Das alles hier ist seine Schuld. Ich habe so getan, als würde nichts auf ihn weisen, aber jetzt? Wenn das beim Prozess bekannt wird, werden Sie... Wir sagen es Ihnen nicht. Den Admiralen nicht und sonst auch niemandem. Wir müssen das verwenden. Tali, ohne diese Beweise wird man Sie verstoßen. Glauben Sie, das weiß ich nicht? Glauben Sie, ich lebe gerne in dem Bewusstsein, nie mehr zur Flotte zurückzukönnen? Aber ich kann nicht zurück in diesen Raum gehen und sagen, dass mein Vater der schlimmste Kriegsverbrecher in der Geschichte unseres Volkes ist. Das kann ich einfach nicht. Ihr Vater ist tot. Oh Mann. Raya Zora hat von Ihrer Fürsorge nichts mehr. Sie haben gehört, wie er gesagt hat, dass er Sie aus der politischen Wolfshöhle raushalten möchte. Sie verstehen das nicht, Shepard. Sie würden seinen Namen aus den Unterlagen jedes Schiffes tilgen, auf dem er je Dienst getan hat. Das wäre schlimmer, als verstoßen zu werden. Er wäre ein Verräter an unserem Volk. Ein Monster, vor dem man die Kinder in gruseligen Gute-Nacht-Geschichten warnt. Ich kann nicht zulassen, dass das Gute, das er getan hat, dadurch zerstört wird, Shepard. Dann warten wir den Prozess ab. Wir werden diese Entscheidung nicht hier treffen. Mal sehen, was die Admirale sagen, sobald wir zurück sind. Sie sind mein Käpt'n bei dieser Anhörung, Shepard. Es ist Ihre Entscheidung. Aber bitte zerstören Sie nicht, was mein Vater einst war. Kommen Sie. Wenn wir zu lange warten, erklären die uns noch für tot. Und dann wäre all das nicht mehr von Bedeutung. Wir sehen wir den Tatsachen ins Augen. Wir haben keine Nachricht gehalten und müssen annehmen, dass Tali Zora nicht überlebt hat. Wir sind doch hier. Tali. Ist der Admiralitätsrat bereit, ein Urteil zu fällen? Entschuldigen Sie die Verspätung. Tali. Sie hätten warten können, ja. Sie haben nicht lange gewartet, um uns für tot zu erklären. Sie können sich Ihr Schiff jetzt holen. Wir entschuldigen uns, Shepard. Ihr Erfolg bei der Rückeroberung der Al-Rai war ziemlich überraschend. Aber auch höchst willkommen. Haben Sie auf der Al-Rai etwas gefunden, das Licht in die Vorfälle bringt? Shepard, bitte. Hat Captain Shepard neue Beweise, die er bei dieser Anhörung vorlegen möchte? Tali hat mir geholfen, Saren und die Geth auf der Citadel zu besiegen. Das müsste als Beweis genügen. Mir ist unklar, welche Relevanz. Tali interessiert Sie eigentlich gar nicht, richtig? Es geht bei diesem Prozess gar nicht um Sie, sondern um die Geth. Diese Anhörung hat mit den Geth nichts zu tun. Sie wollen nur, dass die Leute mit Ihnen sympathisieren. Han Garrel will in den Krieg ziehen. Um Tali geht es dabei keinem von Ihnen. Sie weiß mehr über die Geth als jeder andere lebende Quarianer. Sie sollten auf sie hören, statt sie vor Gericht zu zerren. Tali Zora hat die Citadel gerettet. Und die Al-Rai. Sie hat der Galaxie gezeigt, was die Quarianer ausmacht. Einen besseren Beweis gibt es doch gar nicht. Sind die Admirale bereit, ihr Urteil zu fällen? Tali Zora, angesichts Ihrer Verdienste sind die Beweise für eine Verurteilung nicht ausreichend. Sie werden hiermit in allen Anklagepunkten freigesprochen. Commander Shepard, bitte nehmen Sie diese Geschenke an. In Anerkennung Ihrer Mühe bei der Vertretung eines Mitglieds unseres Volkes. Oh, jetzt kann ich noch entscheiden, ob ich sagen soll, Sie sollen in den Krieg ziehen oder nicht. Ich glaube nicht, dass Sie schon so weit sind. Ziehen Sie nicht in den Krieg. Noch nicht. Wenn Sie mich respektieren, dann hören Sie mir zu. Die Reaper kommen. Ich brauche Ihre Hilfe, um sie aufzuhalten. Bitte reiben Sie sich nicht im Kampf gegen die Geth auf. Danke, Commander Shepard. Ich hoffe, der Rat wird Ihren Rat berücksichtigen. Die Anhörung ist hiermit beendet. Geh in Frieden, Tali Zora was Normandy. Kela Selay. Ich kann nicht glauben, dass Sie das geschafft haben. Was Sie gesagt haben. Noch nie hat sich jemand so für mich ins Zeug gelegt. Danke, dass Sie für meinen Vater und mich da waren. Selbst als... Danke. Sind Sie nicht enttäuscht? Wir könnten wieder reingehen und Sie doch noch verstoßen lassen, wenn Sie möchten. Nein, danke. Es ist in Ordnung, wie es ist. Es macht Spaß, Ihnen beim Brüllen zuzusehen. Gehen wir nach Hause. Kommen Sie, Tali Zora was Normandy. Gehen wir zurück auf unser Schiff. Danke, Captain. Das ist wertvoll. Okay, nice. Zwei abdrünnig, kriege ich noch 32 vorwählt. Wow. Oh, also. Ähm... Die Alaray war ein guter Anfang. Gute Ansprache, Shepard. Schon witzig, dass ein Commander die Admiral daran erinnern muss, was militärische Ehre bedeutet. Zum Glück haben Sie sie jetzt aus dem Kreuz, Ma'am. Und Sie mussten ihm nicht mal die Beweise geben, die Sie auf der Alaray gefunden haben. Ich habe nicht erwähnt, dass wir Beweise gefunden hätten, Call. Zur Kenntnis genommen, Ma'am. Wohin gehen Sie jetzt? Wissen Sie schon, was Ihr nächster Auftrag sein wird? Ich werde ein paar Texteskortieren, die nach Hinweisen auf die Zunahme von dunkler Energie suchen. Vielleicht finden Sie die Ursache. Wo Sie mich auch hinschicken. So aufregend wie auf Haystrim wird's mit Sicherheit nicht. Wird es Krieg geben? Was halten Sie vom Krieg? Werden die Admirale versuchen, die Heimatwelt zurückzuerobern? Ich werde vor keinem Kampf zurückscheuen. Aber wenn die Admirale die Flotte auf die Geth hetzen, bleibt davon nur Schrott übrig. Die beste Methode wäre einfach, eine andere Lösung zu finden. Aber das kann ein Soldat nur laut sagen, wenn seine Vorgesetzten danach fragen. Das ist so. Leben Sie wohl. Viel Glück. Passen Sie gut auf sich auf, Riga. Sie auch, Shepard. Ma'am? Kao, nennen Sie mich einfach Tali. Ich werde daran arbeiten, Ma'am. Admiral Desen, wie sie auch immer heißt. Sehr beeindruckende Rede, Commander Shepard. Aber verraten Sie mir mal, ob Sie auf der Al-Rai Teile von Rael Zoras Forschungsergebnissen sicherstellen konnten. Nichts, das Ihnen helfen würde, Admiral. Schade. Na gut. Was einmal erschaffen wurde, lässt sich auch nochmal erschaffen. Ich bin jedenfalls beruhigt, dass unser Gespräch rund um die Kriegsproblematik Ihnen erlaubt hat, Tali zu helfen. Es wäre traurig gewesen, hätte man Sie verstoßen. Ihre Ideen sind falsch. Sie sollten Ihre Pläne aufgeben, Admiral. Sie werden die Lage nur verschlimmern. Wir werden sehen, Commander. Manches gilt so lange als unmöglich, bis es jemand macht. Ja, nochmal zwei Punkte. Sehr schön. Hallo, Commander. Viel Glück, Tali. So. Ich hatte Unrecht. Tali Zora war doch unschuldig. Ja, how does it do? Die Admirale dachten, der Zwang Tali zu vertreten würde, sie behindern, Shabbat. Ich bin froh, dass Sie sich geirrt haben. Du hast keine Überlebenden erwähnt. Hast du Rael gefunden, Tali? Er hätte dir sicher eine Nachricht hinterlassen, wenn er die Zeit gehabt hätte. Wow, Tali war ihm egal. Nein, das stimmt gar nicht. Ja. Wir haben Rael's Leiche gefunden. Er hat Tali eine Nachricht hinterlassen. Ich kann mir vorstellen, wie furchtbar das für dich sein muss, Kind. Aber wenigstens hast du deinen Vater sagen hören, dass er dich geliebt hat. Ja. Danke, Admiral. Viel Glück bei deiner Mission. Wie dunkel es auch sei, die Flotte wird immer bei dir sein. Kiela Selan. Warte mal an, Admiral. Sie sind da draußen streng mit uns ins Gericht gegangen, Shabbat. Und wir hatten es verdient. Danke. Tali hätte nicht in diesem Streit verwickelt werden dürfen. Aber verraten Sie mir eins. Was haben Sie dort gefunden? Bei aller Wortgewalt. Sie halten doch mit etwas hinter dem Berg. Das wollen Sie nicht wissen. Da war nichts, was die Flotte jemals herausfinden muss. Admiral, Sie wissen, ich würde der Flotte alles übergeben, was von Wichtigkeit ist. Was wir dort gefunden haben, war es nicht. Ich will dir das mal glauben, Tali. Ich habe hier ohnehin keine andere Wahl. Kämpfe gut und mach's gut, Kleines. Dein Vater wäre stolz auf dich. Nur Abtrünnigkeitspunkte. Ach, komm. Admiral Kuris. Sehr beeindruckend, Shabbat. Danke für Ihre Hilfe auf der Alleroy. Und danke, dass Sie Rialzorahs Tochter geholfen haben. Sie sind für sie eingestanden, während wir fehlgeleitet waren. Es war ein Fehler, unsere Befürchtungen bezüglich des Krieges in Talis Prozess einfließen zu lassen. Weiter den Frieden erstreben. Die Galaxie braucht mehr Leute, die Ihrer Meinung sind und Sie auch äußern, Admiral. Viel Glück. Danke, Commander. Der Alleroy war ein guter Anfang. Ich muss den Käpt'n. Glückwunsch, Talisora. Ich hatte meine Zweifel bei der Auswahl Ihres Käpt'ns, aber so wie es aussieht, habe ich mich wohl geirrt. Danke, Käpt'n. Ich bin einfach froh, dass es vorbei ist. Für Sie gibt es auf der Raya immer einen Platz, wenn Sie nach Hause kommen wollen. Viel Glück da draussen. Nett von ihm. Also, Tür. Wollen wir direkt zurück? Jawohl. So geht's. Perfekt. Gut, was haben wir? Stufenaufstieg, Missionszusammenbefassung, wir haben Energie, Entzu, also neue Fähigkeit, neues Outfit für Sie. Dann haben wir Schildstärke für die Gruppe Tech-Schaden-Credits und Rohstoffe. Ach, herrlich. So muss es sein. Ja, jetzt haben wir allen Crewmitgliedern geholfen. Jetzt sind sie alle loyal, außer Miranda, die hat immer noch ein Rad ab. Aber ich habe lieber eine Miranda, die Befehle befolgt, als ein Check, also sie, Check, Frau, die möglicherweise total durchdreht. Gut, wir haben noch ganz kurz Zeit. Ist egal. Mordens Psychoprofil enthielt bereits eine Warnung für Hyperaktivität, aber der ist ja wie ein Hamster mit Koffeinschock. Er wird ein überaus produktives Teammitglied sein. Wie auch immer. Was gibt's? Nicht nix, auf Wiedersehen. Das wäre alles. Es ist immer nett, mit Ihnen zu plaudern. Das finde ich auch süße. Also, was haben wir noch? Ungelesen. Danke. Ich bin's, Lizzie. Essen macht krank. Die Ärzte helfen mir jetzt. Mein Arzt kennt Jacob, er sagt, er kann Ihnen das sagen, er kann das für mich schreiben, aber ich will es selbst tun. Ich muss meine Worte benutzen. So, das ist einer von denen, als wir Jacob geholfen haben, ist einer von den guten Damen, die wir da scheinbar gerettet haben. Nach etwa 10 Jahren, muss man sich das mal vorstellen, man stürzt ab mit dem Schiff und dann isst man da Früchte, Flora und Fauna von dem Zeugs da und ist eigentlich so gut wie tot in der Birne. Und wird regiert von einem... Harsch. Ja. Also nicht wortwörtlich. Tali, wie geht's dir, Süße? Kila, es tut mir leid, dass ich Sie in die quarianische Politik mit reingezogen habe. Diese ganzen Grabenkämpfe und dann noch die Handlungsweise meines Vaters. Sie waren als einziger für mich da, Shepard. Mein einziger Schutz vor dem Sturm. Danke. Schon gut. Gibt es einen Politik... Äh, Poli... Politik... Böchstl. Hoa, so. Sie werden bestimmt den Sitz Ihres Vaters im Admiralitätsrat wieder besetzen wollen. Was wird dann aus den Kräfteverhältnissen? Keine Ahnung. Verbannung hätte das Ganze leichter gemacht. Einige haben mich als Kandidatin vorgeschlagen. Aber es dauert, einen Admiral zu ersetzen. Es ist Ihnen vielleicht nicht aufgefallen, aber Quarianer debattieren gerne. Nein, ist mir gar nicht aufgefallen. Also, war das ein normaler Prozess? Ist Politik bei den Quarianern immer so? Nein. Manchmal kann es sogar richtig unangenehm werden. Wir sind ein sehr soziales Volk, Shepard. Das müssen wir auch sein, um auszugleichen, dass wir in diesen Anzügen festsitzen. Und dazu gehört auch, sich in alles einzumischen, obwohl es einen nichts angeht. Okay. Sie haben ein besseres verdient. Das hat sie. Der ganze Prozess war eine Beleidigung. Man hätte Ihnen Zeit geben müssen, Ihren Vater zu betrauen. Ich glaube, es geht im Leben nicht darum, was man verdient. Aber mein Vater würde sich dadurch geehrt fühlen, dass meine Trauer um ihn darin bestanden hat, jede Menge Geth in die Luft zu jagen. Ich sollte zurück an die Arbeit gehen. Aber danke fürs Vorbeischauen. Sehr gerne. Wie geht's euch beiden? Heilige Scheiße, Commander! Sie kommen extra wegen uns hier runter? Verdammt, Kenneth. Was sind denn das für Worte? Sie sprechen mit unserem kommandierenden Offizier. Hallo. Ich mache eine Tour durchs Schiff, um meine Crew kennenzulernen. Ich bin Techniker Ken Donnelly, zuständig für die Energieversorgung. Das ist Gabby. Er meint eigentlich Technikerin Gabriela Daniels. Ich bin zuständig für die Antriebssysteme. Was können wir für Sie tun, Commander? Brauchen Sie was? Ist bei Ihnen hier unten alles in Ordnung? Wir können uns nicht beschweren, wenn es nur nicht so lange dauern würde, die FBAs zu kalibrieren. Kenneth, Sie beschweren sich. Wo ist das Problem? Was für Probleme haben Sie? Beim Upgrade der Normandy wurde bei den FBA-Kupplungen ein wenig geschlammt. Ich will Sie nicht mit Tech langweilen, aber im primären Energieversorgungssystem gibt es eine Reihe von Dämpfern, die die Ableitung im Kraftfeld. Kenneth, Sie langweilen den Commander mit Tech. Kurz gefasst, wenn wir T6-FBA-Kupplungen installieren könnten, wäre der tägliche Wartungsaufwand viel geringer. Warum haben Sie die nicht? Warum ist sowas noch nicht installiert? Vermutlich nur ein Planungsversäumnis. Die Effizienz leidet nicht darunter. Es betrifft lediglich die Wartung. Außerdem ist das Modell T6 ziemlich schwer aufzutreiben. National Stellar Dynamics hat die Produktion eingestellt. Auf den Märkten auf Omega könnte man vielleicht ein paar Gebrauchte finden, aber für einen Landgang fehlt uns die Zeit. Ach man, ich treibe schon was auf. Gut, mehr will ich eigentlich nicht wissen. Auf Wiedersehen. Weitermachen. Jawohl, Commander. Ich werde wahrscheinlich nochmal einen Abstecher machen zu Vorbild. Ich denke, ich werde das noch kurz auf Omega holen, aber nicht jetzt. Ich nehme noch ganz kurz bei Grant vorbeigucken. Wie es um einen guten Panzer geht. Ich habe ihn in dieser Folge ja nicht mitgenommen, in den letzten paar. Ich will über Sie reden. Ich schaue nur mal vorbei. Wie geht's Ihnen? Die Stellung ist zu offen. Nicht genug Deckung, zu wenig Panzerung. Warlord Grant würde zuerst die schwere Fracht zerstören und sich dann auf die Triebwerbe konzentrieren. Jedenfalls stellen die Bilder aus dem Tank die Schiffe der Menschen so dar. Das war im Tank mein Lernprozess. Alte Bilder statt Erinnerungen. Als würde man einem Kind ein Buch zeigen. Merkt ihr das? Ein Bild nach dem anderen. Aber keine Hilfe, wie man daraus etwas zieht, was einen weiterbringt. Andere Eindrücke von Menschen? Was für andere Informationen über Menschen schwimmen da noch so herum? Weniger als einen Finger tief kann man die Wirbelsäule spalten. Sie sind weich. Salarianer, Asari, alle weich. Quarianer weniger. Bei Turianern muss man zur Klinge greifen, vermute ich. Sinn sehe ich in all dem jedoch nicht. Aber man kann dann reinziehen. Vergessen Sie es. Er hat eine böse Ader, aber er ist für mich. Das ist gut. Sie haben keine Reaktion? Irgendetwas muss sie antreiben. Genetisch betrachtet kann man nicht mehr Kroganer sein als Sie. Ich sehe Leid. Die Toten. Und mein Gedanke ist schwach. Ich soll stark sein. Ich entstamme Tausenden, die würdiger waren. Die Toten waren schwach. Wären sie stark gewesen, würde man mich nicht brauchen. Ich weiß nicht, warum Okia mir beibringen wollte. Als er den Tant zum ersten Mal eingeschaltet hat, habe ich geschrien. Schwach und erbärmlich. Sie wurden trotzdem stark. Sie haben also klein angefangen, aber dadurch sind sie geworden, was sie jetzt sind. Nicht viele bekommen so eine Chance. Ich wurde stark gemacht, habe es mir aber nicht verdient. Ich bin einfach nur. Die Toten waren stark genug, es zu versuchen, auch wenn sie verloren haben. Der perfekte Kroganer, ohne Wissen, wie ich dazu wurde. Darin liegt keine Stärke. Ich werde mir genau ansehen, was den Kroganern widerfahren ist. Und einen Grund finden, damit es mich etwas angeht. Tu das, mein lieber Grant. Tu das. So, also. Ich bin auch wieder ewig dran jetzt schon. Wir gehen mal ganz kurz noch hoch. So. Ähm. War eine spannende Folge. Wir haben jetzt alle loyal. Ich wiederhole mich, aber wir haben jetzt alle loyal. Jetzt kann ich mich eigentlich den anderen Aufgaben widmen. Ich sollte mal definitiv Rohstoffe farmen, aber das mache ich außerhalb vom Let's Play. Das ist zu langweilig. Dann noch Omega besuchen. Und die Hauptstory muss definitiv auch mal ein bisschen vorwärtsgetrieben werden. Ansonsten können wir nie das Ganze abschließen. Aber ich mache es einfach, ich mache alle Missionen so gerne. Naja. Gut, ähm. Wir sehen uns in der nächsten Folge von Mass Effect. Ich freue mich riesig drauf. Dann, äh. Mal gucken, was wir machen. Entscheide ich ganz spontan. Bis dann. Mal gucken, was wir sehen uns in der nächsten Folge von Mass Effect. Mal gucken, was wir sehen uns in der nächsten Folge von Mass Effect. Mal gucken, was wir sehen uns in der nächsten Folge von Mass Effect.